Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV mit Hollywood News. The Avengers sorgt weiter für Schlagzeilen, große Schlagzeilen. Am Sonntag hat der Film es an seinem 19. Tag in den Kinos geschafft, weltweit eine Milliarde Dollar einzuspielen. Er ist damit übrigens erst der zwölfte Film in der Filmgeschichte, der das überhaupt geschafft hat. Unter diesen zwölf Filmen steht er zurzeit auf Platz 11. Er dürfte in den kommenden Wochen aber locker an so manch anderen Streifen vorbeiziehen, vor allem an Transformers 3 und am letzten Harry Potter Film, um dann schlussendlich auf Platz 3 zu landen. Auf Platz 2 steht natürlich nach wie vor Titanic mit 2,1 Milliarden Einspielergebnis und auf Platz 1 Avatar mit 2,7 Milliarden. Selbst Superhelden können eben auch James Cameron so schnell nichts anhaben. Lass mich wissen, was du zu diesem unglaublichen Einspielergebnis sagst. Freust du dich darüber? Bist du Avengers-Fan? Lass mich halt das wissen. Wie immer natürlich viel Spaß im Kino. Für heute Tschüss aus Rollywood.